Ja, willkommen zurück zum Secret... Quatsch. Vampire Secrets. Jetzt habe ich es aber. Ja, das Spiel ist fast vorbei und... Ja, und jetzt hast du den Titel endlich. Jetzt kriege ich langsam den Titel auf die Reihe. Ja, so. Kettenrätsel, wo wir letztens stehen geblieben sind. Und hör auf, an meinen Stuhl zu verkleinern. Ich rolle dich wieder durch das Zimmer. So, ich denke, wir müssen... Lässt doch erstmal... Klicke auf die... Oberen Ketten, du musst... Oh Gott, ja, die... Die läuft unten drunter her. Die läuft unten. Die... Die daneben läuft auch oben. Jo, haste recht. Die läuft unten oben. Oben. Ja, die... Nein, die war falsch. Nein... Oh, ne, ne? Oh... Oh... Okay, die beiden waren's. Das ist ja schon pervers. Die läuft oben. Die auch. Äh... Die hier? Ja. Die läuft... Oh, das ist ja schon... Das ist ja wieder böse. Läuft die hier auch oben? Oben... 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 Dabei, das sieht man da nicht. Ich versuch's jetzt. Ja. Okay. Oh Gott sei Dank. Die. Jo. Ja, ich komm von der Seite, ist egal. Jetzt die, ne? Ja, wie sag's? Ich komm von der Mikado. Wer ist der Mikado? Ja, ich weiß. So, dann die hier. Nein! Ich hab's gerade gesehen, in dem Moment, wo ich gedrückt hab. Ey, das finde ich ja jetzt pervers hier. Na. Oh. Ja. Die war's, ne? Ja. So. Dann war das... Die. Ja. Dann war's... Die? Die? Ja. Ja. So, und dann war's die hier. Ja. Äh... Ja, die müsste es sein, ne? So. Und die war jetzt unten drunter. Ja. Die hier. So ein Scheiß. Die läuft unten. Die ist unten. Die ist auch unten. Die ist auch unten. Die ist auch... Oben? Ne, die hier ist auch unten. Und die? Ja. Also, die sind... Hä? Ne. Das muss die sein. Ja, dann müssen wir's nochmal machen. Ja. Oh Gott. Jetzt die, ne? Die ist auf jeden Fall oben. Ja. Und die auch. Und die ist auch oben und unten. Letzte. Mann! Ey, das war ja doof, dass wir da wieder alle hingewutscht haben. So, jetzt müssen wir hier rauf, ne? Ja. Irgendwie möchte ich da an die Dinger ran, weil das sieht so aus, als ob man die abhupfen kann. Die kannst du nicht. Das ist ein Ort. Es ist anders. Eine bestimmte Vegetatione könnte ein Wunder für deine Erinnerung sein. Sie wissen. Ich erinnere mich alles. In schmerzlichen Details. Es ist das Ort, der sich verändert hat. Nicht meine Erinnerung davon. Ich habe nicht gesehen diese Wohnung in fast 20 Jahre. Wo hast du schon seitdem du bist? Hier. Hier. Ein Mann, wie ich, muss sich auf den Weg gehen. Hier. 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 wanz schmiederschirm zurück ins motor nein nein ah katze es ist kein horrorspiel ich erschrecke mich trotzdem wenn ich plötzlich an mir vorbei dort steht hier ist und musik da ist ein wimmelbild ja auch hier kann musikräte zur not wird gelöst haben wir ja schon mal der orgel gesehen dass ich mir Mühe gebe aber ok da ist nichts da ist was da ist ein Elchgeweih drin fehlende Geweihhälfte ok ach ihm fehlt das Geweih ok ok hätte ich jetzt wenn ich nachher halt Geweih gehabt hätte ich gedacht er sieht doch aus wie ein Pferd das ist ein Eiszimmer ist das die große Hale von Harry Potter haha entschuldigung ihm fehlt der Kopf er hält das Schwert ordentlich fest ok kannst du da oben noch angucken hab ja auch gerade gedacht er hält immer noch das Schwert fest ich will aber noch nicht weiter gehen obwohl ok jetzt sind wir in der Küche welche Messer Vampire müssen auch essen das ist die Seife für den für das dreckige Wasser ja naja nicht jeder Vampir ist so widerlich wie Spike der sein Blut in die Gottflex schüttet da ist noch ein Bild ja komm fangen wir sofort an mit dem Gewimmel ok so Donut da ist er schon ja Karten Karotten Ratte Karotten sind in einem Feuer ja die Karte ist daneben und das ist aber keine Ratte das ist ein Darmartiner und da ist jetzt ein Soldat der da stand ok Angelharten oh Gott das ist ein Geil das ist kein Angelharten ne Angelharten 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 wirst du ein Angelharten? ja eine Vespa eine Fledermaus ein Flugzeug ein Schmetterling ey so viele Viecher hatten wir ja noch nie auf einmal ein Nacho da ist der Nacho da ist der Nacho da ist der Flugzeug eine Stablampe ach das sind die großen Taschenlampen da ist die Ratte die Stablampen sind die großen Taschenlampen ja ein Pinsel ein Mais ein Mais habe ich doch gesehen ein Mais habe ich doch gerade gesehen ein Mais da guck mal hinten eigentlich jeder Popcorn sein müssen hier der Mais hier der Mais hier der Mais da 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 Kloschüsse Kloschüsse naja äh äh Angelharten Torte ne Torte und ein Flachmann na jetzt kriegen wir den Flachmann da ist er nämlich ja ok was bist du das war der Angelhaken ok ok da ist ein Smiley jo wo ist die Wespe ja also die fehlt noch ein bisschen mehr den blöden Pinsel habe ich doch auch gesehen da so eine Staplampe eine Wespe eine Fledermaus Fledermaus das ist ein Drache ne das sehe ich nicht richtig ne ja ja das würde ich sagen ja das ist das ist ein Käfer oder was ah da ist die Wirpse ein Igel da war die Wipse ne Flederratze brauchen wir noch ne da ist die Flederratze ne Flederratze Schmetterling Staplampe Tor die Schmetterling bist da oh mein Gott Ich hab ja alles verkoppelt. Stablampe und die Torte noch. Da ist ein Pumsen. Kein Pumsen. Wie ist ein Auto? Ein Auto, ne? Das ist ein Brot und keine Torte. Das ist ein Handschuh. Ey, jetzt haben wir schon vier Augen, ne? Und wir sehen es immer noch nicht. Ich weiß, warum ich das Gemübel nicht alleine playen wollte. Aber nutzt hier nichts. Ich seh aber trotzdem keine Torte. Was war das? Das war keine Stablampe. Oder hab ich mich wieder verlesen? Drei Kreuze, wenn meine Brille fertig ist. Du mit deiner Brille. Das ist jetzt der wievielte Part, in dem du deine neue Brille erwähnst. Ja, war sehr gut. Machst du Werbung für Brille? Für viel, Mann. Jetzt muss die anderen Picker auch noch nennen. Apollo und mehr Dings. Das ist doch keine Torte. Ich weiß ja nichts. Ich weiß keine mehr. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich unsere Optiker benenne. Ich muss ja dann schon die Optiker benennen, die Filialen haben. Und da fallen mir nur Apollo und viel Mann rein. Verlesen sie nicht. Also mir fallen nicht... Das ist auch keine Stablampe, das ist ne Fackel. Stablampe. 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 Ich hab mich doch nicht verlesen. Ich dachte schon, ich bin gekloppt. Oh oh. Oh oh. Diesmal einzig, aber für irgendeine kleine Münze. Oh, sonst haben wir noch nicht. Ach so, das war die Säufe. Ach so, jetzt muss man eben nochmal da. Ja, dann müssen wir auch gleich wimmeln und dann gehen wir jetzt erst... Das ist die Backgate. Es ist wahrscheinlich unsere beste Betten, um das Kastel zu entfernen. Wenn ich mich richtig richtig erinnere, gab es Ruhmere von einem elaborten Lockungsmechanismus, in die Gartengründe. Boah, die Vampiren mögen nichts einfach machen, oder? Okay. Okay, kann ich mir ein paar Pflaumen pflücken? Okay, ich gucke jetzt hier nicht großartig weiter, ich gehe wieder rein. Ja, gehe wieder rein, mach der Fingerbild. So, wir brauchen eine Flasche. Das hätte ich als Torte definiert. Ja. Aber das ist der Kuchen. Okay, ja, vielleicht haben Sie das... Das ist ein Buch. Das ist der Grund, was ist das denn so? Oh nee, Schaag! Das machst du! Einmal, 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 einmal! Einmal? Einmal, ein Schruber, ein Schruber, ein Schruber, ein Schruber, ein Schruber, ein Schruber. Okay, das ist ein Weser. Pass auf, das ist ein Mob und das ist jetzt der Schruber. Siehst du? Ja. Basketball. Ein Adler. Da hinten ist ein Adler. Einen Mond, eine Schere. Guck mal, da bin ich! Oh, da, ein Pegasus! Pegasus, Pegasus, Pegasus! Im Schatten ist der Mond. Darf ich den mitnehmen? Ja, ich durfte den Pegasus mitnehmen! Nee! Flugzeug. Ein Fliegzeug! Das ist das Flugzeug. Ein Fahrrad, ein Isolierband. Ein Wok. Da war schon wieder eine Bombe. Das ist der Wok. Eine Glocke. Jetzt müssen wir so ein kleines Handglöckchen. Ding, ding, ding. Nein, das ist jetzt meine Regel. Ach, guck mal, die kriegen wir auch gleich. Die müssen wir bestimmt einhängen. Meinst du? Ja, in einem Raum da mit den Säcken. Okay. Schere. Schere, 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 Schere. Baseball, Fahrrad. Jo. Äh, Fahrrad. Ist das Fahrrad? Da ist das Fahrrad. Da ist das Fahrrad. Ach, ich hasse das. Isolierband und Baseball. Ist das Isolierband? Basketball. Mann. Nein, das ist ein Mörser. Aha. Da liegt nur der Stößel daneben. Okay. Basketball. Da unten ist der Basketball und jetzt brauchen wir das Isolierband. Das sind Holzschuhe. 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 Das ist eine Krone. Das ist ein... Ich weiß nicht. Ich kenne die nicht. Man könne hier nicht Ordnung halten. Da... Gott... Siehst du, dass wir das Glöckchen kriegen? So, haben wir sonst noch was? Wir müssen gleich nur nach oben. Wir holen uns gleich das Geweih. Okay. Ja, wir müssen nur noch hier rauf laufen. Ja, logik. Da muss was rein. Ja. Aber wir haben nichts dabei, was da rein muss. Das siehst du ja schon. Und da das gleiche Spiel. Ja. Jetzt sind wir gerade raus. Wir nehmen mal das Ohrenblatt mit. Die brauchen wir. Und da ist der kaputte Spiegel. Die Scherben haben wir. Ja, aber ob das denn da ist? Ja doch. Oh, ja. Wie Puscheln. Kann man ein Stück weiter rüber? Ja. So ein Stückchen. Wenn man das hier so sieht, dann musst du bestimmt gehen. Das ist doch hier unten eine Kante. Nee, Moment. Kann ich die drehen irgendwie? Nein. Also Musat. So. Aha. Dann war der nämlich schon richtig. Dann klackt der nämlich ein. Hm. So. Siehst du aus, dann wird es leicht gräulich, wenn es richtig ist. Äh. Hallo. Ich hab das Ding gerade zusammengebaut. Was kriegst du denn dafür? Ah. Das ist das Teil jetzt von unten. Aus dem Mosaik. Das war's. Sie flirtet aber der will mit ihm, hä? Ja. Ist halt ein Vampir, ne? Okay, dann laufen wir. Kannst du die Kerzen anziehen? Nein, da kann ich gar nichts mitmachen. Sonst ist es nur geradeaus. Also jetzt erstmal wieder. Zurück. Aber irgendwie müssen wir doch da oben auch. Irgendwo müssen wir doch da raufkommen, um an den Elch zu kommen. Ja, vielleicht. Weil das ein Balkon ist. Deswegen. Hab ich jetzt einfach so. Beschlossen. Ja. Ja, vielleicht kommt das noch. Da ist schon wieder die doofe Katze hinter mir. Achso, ja. Da brauche ich noch was zum schneiden. Aber ich hab ja immer noch nicht. Gib mir mal das Ding zum Hauffackel. Nein. Okay. Dann laufen wir jetzt jetzt wieder runter, ne? Ja. Vielleicht kriegen wir ja da was mit dem Aufschlitz. So, nein. Hier war... Das müssen wir auch noch zerlegen, das Ding. Ja. Oh, wir müssen uns einiges merken. Unten war auch nix mehr. Hier war auch nix mehr, ne? Aber da war die Uhr. Ja, ja. Das weiß ich. Aber hier ist jetzt definitiv nichts mehr, ne? Ja, da braucht man einen Schlüssel. Ja, doch. Nur den Schlüssel, ne? Ja. Ja, ja schon. Na, na. Mach dich halt. Danke. Nein, ich geh jetzt erstmal zu der Seife. Ich nehm jetzt erstmal die Seife und schmeiß die da rein, oder? Schönes Seife. Was müssen wir denn waschen? Ne, was müssen wir dann noch waschen? Die Glocke. Ach nein. Die Uhr. Den Weinstock. Okay. Meinst du die Uhr? Ne, ich glaub jetzt, uns fehlt noch was. Okay. Die Uhr? Ne, ich glaub jetzt, uns fehlt noch was. Ja? Da fehlt ja auch noch was. Ja? Da fehlt ja auch noch was. Ja, dann geh doch mal jetzt hier. Klitschen. Warten. Warten. Äh. Ich stimmte Glocke in der richtigen Reihenfolge. Hinweise... No. Hä? Hä? Ja, ist ja schön, dass der Hinweis in Notre Dame ist, aber ich kann kein Französisch. Okay. Dann heißt es jetzt wieder... Trash and Error. Ne, das ist auch falsch. E. Schreibt mal auf. E. Nein. E, A war nicht richtig. Warte. E. C. C. Nein. E, C, A. Ja. Ja, mach ich gleich. Moment. E. E. Ein Musikrätsel in Rekordzeit. Ach so, hat von. Okay, jetzt haben wir den Sarg aufgewimmelt. Nein, im Filmern war jetzt auch. Ja, gut. Ja, gut. Äh, Liste würde ich sagen, ne? Ja. Und nicht Bücher. Aber wir hatten auch noch ein Buch, ne? Ja gut, das Schach ist nicht meins. Da bin ich nicht für zuständig. Okay. Ich auch nicht. So, Handfesseln. Dann machen wir hier mit. Handfesseln. Hm. Hm. Da oben hängen sie doch. Ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Stupf rein in den Sarg. Ja, wenn... Ein Kompass, eine Schachfigur, ein Pulver... Ein Pulverhorn? Ach, ich weiß was. Ja, ja, ja. Da ist das Pulverhorn, oder? Ja. Ein Wasserkessel. Ein Wasserkessel. Ups, das war kein Wasserkessel. Wasserkessel da. Eine Blume, eine Tageszeitung, ein... Eine Dartsche... Die hab ich doch gerade gesehen. Da, wollte ich doch sagen. Eine Gartscheibe? Eine Säule? Pfff. Da ist eine Säule. Die will aber nicht. Was? Ein Haken, ein Seil, ein... Da ist eine Säule. Ja. Ein Seil, eine Pfeife, ein Elefant. Da ist ein Elefant? Das ist wirklich ein Elefant. Aber hallo. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Ich packe auch einen Sarg. Und ich nehme mit. Ein Auto. Da ist die Schachfigur. Pass auf, die kriegen wir gleich. Und irgendwo ist ein Schachspiel. Ja. Das war... Das war... Keine Ahnung. Eine Pfeffermühle. Wie die liegt da? Blumen, Tageszeitung. Blumen habe ich. Das ist nur mein Schild. Da ist ein... Schnuller? Apple? Tageszeitung da. Ein ganzes Paket. Ein Kompass. Ein Pfeil, ein Kompass, ein Auto. 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 Und mir auf die Hand. Nein, kein Pfeil. Eine Pfeifee. Das geht ja jetzt rein. Au! Warum haust du mich denn jetzt gar... Oh! Entschuldigung! Mein Arm! Mein Kopf. Mein Nioh. Kann doch auch nix dafür, dass das Auto nicht da ist. Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Passiert. Und ein Kompass. Wie ist ein Kompass? Aua. Kompass. Oh. Kompass. TNT-Schwert. Regenschirm. Oh. Regenschirm. Rausgeklickt. Regenschirm. Da ist das Auto. Oh Gott. Jetzt fährt man alle Kompass. Regenschirm. Kompass. Bisschen spielen, ne? Ja. Komm. Soviel. TNT. Da hab ich auch schon über ihn geklickt. Das ist ein Musch. Der ist ein Kompass. Dann holt er aus. Das weiß ich nicht. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Ja. Gott, Agathe. Das ist kein Kompass. Ist das ein Kompass? Das ist ein... Ja, das sind die auf den Schiffen und die Karten da so abgemessen haben. Dann hat sich sowas wie ein Ziel geklickt. Das ist kein Kompass. Jetzt klick an, dann wird er fertig werden. Soll ich mir das nicht schaffen. Der hätt' man ja nur Jahren gesucht. Ich hätt' jetzt... ...nen Kompass gesucht. Ja, auch so'n... Wie ne Taschenhohe mit... Mit der Wind und mit dem Wind. Wo so drin. Ja. So. So, was haben wir jetzt? Jetzt hin. Rauf. Rauf. Wir wollen noch zu dem Elch. Da, rechts. Äh, links. So. Dann tun wir jetzt den Winterhaken. Wir haben den Elch. Was ist denn den Elch? Das Gewäuhe. Zumindest eins davon. Okay, wir brauchen noch Rauhals. Ja. Aber logisch, oder? Ja, klar. Ich hörte, dass ich gerade haben wie ne Frage. So, unten. Wo müssen wir denn jetzt hin? Darf ich nochmal den Kompass? Da fährt man Münze. Da müssen wir was an... In der Küche sind wir doch fertig, oder? Ja. Ich mach mal eben einmal. Ja. Ja. So, du. Wie hier haben wir denn? Wo müssen wir denn die... Nein. Ich darf vielleicht tauschen, weißt du? Ja, klar. Das Schwert wegnehmen und die Beule geben, aber... Das ist das? Ein Wandbruchstück? Also doch. Habe ich den nicht richtig angeklickt gehabt? Weiß ich nicht. Ich schätze mal. Siehst du, hatte ich nicht richtig getroffen. Was haben wir denn da? Das ist ein andere Geweih. Andere Geweih. Der macht... Streckt die zu mir raus. Bäh. Sehr viel besser. Hm. Was? Was hat das Ende da? Was haben wir jetzt gekriegt? Ein Hebel. Ach, der ist bestimmt für oben für dieses System da. Pass mal auf. Da müssen wir bestimmt einhebeln. Oh, den ersten. Nein, da brauchen wir drei. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, ne? Nein. Hätte ja sein können, ne? Und die Stablampe, was ne Fackel ist, ähm... Vielleicht brauchen wir, müssen wir doch nen Garten weiter. Ach, ne... Hier führt was? Nein, das geht nicht. Wir haben hier ne Fackel, das ist ne Fackel und keine Stablampe. Was sieht man denn da? Nein, auch nicht. Hä? 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 Können ja immer noch... Oh, hier. Nein, da war ja... Da war ja falsch. Ach, wisst ihr was? Da suchen wir dann später weiter, weil jetzt machen wir erst nen Päuschen. Genau. Alles... Also... Ist zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.